Nicht zuletzt wegen der Empfehlung zu offenen Bildungsressourcen der UNESCO sind offene Bildungsressourcen ein Thema für Hochschulen weltweit. Die Strategien, die dazu entwickelt werden, sind unterschiedlich. Es gibt nationale Strategiepapiere und Maßnahmen und solche auf institutioneller Ebene. Dabei geht es zunächst um das Bekenntnis zu offenen Bildungsressourcen und dass es wichtig ist. Begleitend werden häufig Fördermittel ausgeschrieben. Oft geht es dabei um den Aufbau von Kompetenzen und Infrastrukturen für offene Bildungsressourcen. Dazu gehören zum Beispiel auch Websites, bei denen man offene Bildungsressourcen veröffentlichen kann, also sogenannte Repositorien. Es können aber auch Angebote sein, die bei der Suche unterstützen, weil sie Metadaten verwenden. In Österreich kenne ich mich besonders gut aus. Daher möchte ich Ihnen in diesem Video die Situation im österreichischen Hochschulsektor skizzieren. Schon vor einigen Jahren hat eine Arbeitsgruppe eine Empfehlung zu offenen Bildungsressourcen an österreichischen Hochschulen herausgeben. Seit fünf Jahren werden viele der damals skizzierten Vorhaben in Hochschulverbundprojekten umgesetzt. So haben die vier teilnehmenden Hochschulen eigene Plattformen für offene Bildungsressourcen aufgebaut. Angehörige der Hochschulen können dort offene Bildungsressourcen professionell veröffentlichen und archivieren. Damit andere die offenen Bildungsressourcen gut finden, werden die Metadaten gesammelt und durchsuchbar gemacht. Auf der Plattform kann man also gezielt nach offenen Bildungsressourcen von österreichischen Hochschulen suchen. Was es weltweit bisher sonst nicht gibt, Hochschulen können in Österreich auch ein Zertifikat für ihre Aktivitäten zu offenen Bildungsressourcen bekommen. Dazu müssen sie unter anderem nachweisen, eine Strategie und eine Möglichkeit zur professionellen Veröffentlichung von offenen Bildungsressourcen zu haben. Und es gilt nachzuweisen, dass sie kompetente Angehörige haben. Inzwischen gibt es schon mehr als 100 Personen, die eine umfassende Weiterbildung besucht haben. Österreich hat auch eine nationale Open Science Strategie veröffentlicht, die offene Bildungsressourcen prominent thematisiert. Soweit die Situation in Österreich. In anderen Ländern werden offene Bildungsressourcen im Hochschulraum auch anders gefördert. In einigen Jahren werden wir sehen, welche Maßnahmen besonders hilfreich waren. Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, es geht nicht schnell und es müssen alle Stakeholder eingebunden werden. Und alle müssen verstehen lernen, warum der offene und freie Zugang zu Bildungsressourcen so wichtig für die Hochschulbildung und die Gesellschaft ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017